Liebe Netz-Community, hallo am Safer Internet Day. Ich möchte ein paar Sachen sagen zu euren Bildern, euren Daten im Internet. Und Partyfotos sind tolle Erinnerungen. Sie sind etwas, was man teilt, auch mit Freunden. Aber sie können auch ein Nachspiel haben, sie können schlecht auffallen und nicht nur immer positiv. Die meisten sozialen Netzwerke räumen dafür Möglichkeiten ein, die Einstellungen, wer etwas sieht, sehr detailliert einzustellen. Und davon solltet ihr auch unbedingt Gebrauch machen, denn in den vielen Netzwerken ist es nicht Standard, dass die Einstellungen zunächst einmal auf Aus geschaltet sind. Das Design ist häufig so, dass alles freigegeben ist. Und letztlich ist das der Schlüssel dieser Einstellung zu euren Bildern und zu eurer Privatsphäre. Und wie euren Hausschlüssel solltet ihr genau überlegen, wem ihr diesen Schlüssel gebt. Von daher achtet bitte darauf, dass ihr nicht später mal als Werbeikone, als lustiges oder auch peinliches Beispiel in den Netzen oder im Internet landet. Ich wünsche euch, dass ihr auf eure Daten aufpasst und viel Spaß damit habt. Sie sind eure Visitenkarte im Netz. ásperreise